Ja, hallo zusammen, Laia Schwenzel. Ich bin der Regisseur und Autor des Thema Diese Männchens und ich freue mich ganz besonders, wie toll das dieses Jahr gefeiert wird. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht hier gewesen ist. Die Kölnerinnen und Kölner sind wirklich schon ein bisschen verrückt in diesem Jahr. Es ist wirklich eine große Freude, wie seit der Premiere diese Vorstellungen hier auf Händen getragen werden. Wir haben ja die 100 Mann auf der Bühne, die schon wie in den letzten Jahren auch ihr Allerbestes geben, aber ich habe das Gefühl, dies Jahr ist noch ein bisschen mehr Euphorie im Publikum zu spüren und es ist wirklich ein Stück zum Feiern, zum Mitmachen, zum Mitsingen, zum Klatschen. Man klatscht sich wirklich die Hände wund und es ist eine Riesenfreude dabei zu sein. Es gibt noch zwei, drei, vier, fünf Karten. Es sind wirklich nicht mehr viele, deswegen sollte man sich schnell ranhalten. Nicht, dass nachher einer sagt, ich habe es verpasst.